Hey Kenas und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Watchtuck. Ich bin denn jetzt einfach nur zu dem Auftrag hier gefahren und wir machen mal die Position wieder weiter. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau wie er mich kenne. Gut, wir schlocken ihn wieder. Okay, es wirkt jetzt sehr als... ...wie so ein Tutorial für... ...wie wie man CtOS-Dinger da freischaltet. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CtOS-Kästen. Okay, der eine ist hier oben. So, da kommen wir noch nicht ran. Der andere... Ah, oder was? So, jetzt kommen wir an den ran. Oder? Ah, da. Okay, in den anderen komm ich so ruhig hin. Weil der da um die Ecke ist. So, da. So. 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 ich wollte jetzt schon wieder springen er kann ja nicht sein wunderbar das doofe ist ich muss wo ist das das ist ja mal schwerst duke ganz ehrlich richtig schwerst duke so toll besser dann gehe ich hier rauf damit ich im grunde hallo der datenfluss teilt sich auf es gibt es weil ich hier auch um dann hier wieder und mann und mann und mann und das ist echt so hoch dass ich da jetzt wirklich gerade gestorben wenn dann diesen blöden teil hier um mann ist das denn ich verfügbar weil er da ist r regeln so da haben wir das dann müssen wir wieder hoch oh wei ey oh wei ey komm hier nochmal springen so dumme Fehlern okay dann haben wir denn hier so so Ah, ne, den muss ich auch noch feuchhalten. Machen wir das doch mal so. So. Und so. Klappt noch ein... Oh Gott, das wäre noch so ein. Solange es nicht wieder so Dinge sind, wo eine Sicherung drin ist, die nerven ja richtig. No, was können wir denn als erstes feuchhalten? So, wenn wir den haben, dann gehen wir da runter. Da lang. Ah, den machen wir so. Fast. Perfekt. Was zur Hölle ist das? Ja, wollte ich auch sagen. Der hat aber ne hübsche Ordnung, ey. Du brauchst nix mehr tun in der Wohnung. Was ist das denn? Ist doch stelle erkannt. Ich würde ja gerne, aber irgendwie darf ich nicht direkt. Ich hab euch gelitten. Ich hab auch gelitten. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zugen dich immer an. Wie geht's dir reden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du machst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontaktzeit. Dem erloh. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lass uns hin und liegen und erledigt das. Ein Scharfschützer auch noch. Jo. Das ist natürlich jetzt richtig wundervoll. Lass mal die Öker auf. Oh. Sie haben sie mir nicht auch gelacht. Den krieg ich. Den haben wir auch. Wow. Hä, wo kam der denn her? Urplötzlich, urplötzlich war der hinter mir. Das ist ja nice. Ich könnte ja auch mal versuchen, den Kasten hinter dem zu achten. Mal gucken, was dann passiert. Aha. So, dann macht er einen Freiflug. Und putz, der ist auch weg. Der ist auch weg. Dann springen wir in die Luft. Dann schmeißt er das Ding weg. Und fliegt dann... Ah, schade. Da geht doch! Ja, wie es aussieht, ähm... Das war ja noch. Dann schmeißt er das Ding weg. Ne, den können wir vielleicht auch noch in die Luft bringen. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Nein! Umschmeißen oder ist weg? Du bist ja schon ein kleiner Arsch. Komm, näher, 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 näher. Komm, geht doch noch zurück. Und... Komm, den letzten... Den kriegen wir. Es geht nur da, ich hole ihn mir. Er darf nicht abwachen. Bitte darf nicht abwachen. Hallo? Mann! Wie kann man eigentlich jetzt so... Wenn man... Da waren doch eben auch nur ein paar. Mal gucken, ob er hier mit dem Auto entkommt. Oh fuck. Man kann mit dem Auto entkommen. Aber nicht indem man, äh... Ja. Das ist so nös, wie ich das gerade suchte, aber... Nicht gegen einen Gasdrang fahren. Das kann in die Hose kommen. But... But... Der Start ist ja echt einfach. Und... Wie ich nicht... So... Ich würde ruhig noch mehr passieren dürfen. Ohhhhh... So... Ich würde ruhig noch mehr passieren dürfen. Ohhhh... So, wir haben noch ein paar Sprengdinger, wir machen das mal so, und sind dann mal weg. Ganz easy, ihr Anfänger, ja war ja klar, dass jetzt auch mal Gegner in der Folge bringen, tut mir leid, aber auch nicht, hat das Auto, wieso werde ich eigentlich immer verfolgt von denen, also von egal wem. Voller sind doch das Beste, ey, da kamen sie alle abgehängt, vier Autos oder anders. Man, oh man, oh man, schnelle Fußgänger braucht das Land. Na gut, Damien, drehen wir. Ja, komm, machen wir die Mission direkt noch mit hinten dran. Ja, das ist ein paar. Na gut, was ist das? Das war so, was ist das? Wir fahren mal mit dem Fußgänger zu, ne? Wie vollpassen? Halbidiot! Idioter! Immer diese aggressiven Fußgänger. Wow. Ja, jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Guck, wir machen mal hier. Ich müsste auch mal mit der Straßenbahn fahren. Einfach nur, wenn wir die auch anhalten können, dann können wir auch mit der fahren. Was denn los? Habt ihr noch nie ein Motorrad in der... hier irgendwo gesehen? Ach, ich warte, hier irgendwo gesehen. Hey, wieso ist hier zu Fuß? Ich bin mir ein Motorrad eingefahren. Bist du ein kluger Junge? Ja, ne? Drinks gehen auf mich. Daniel. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Daniel? Bist du mal so ernst, Edden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So. Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, der hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du's nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist... Ich dich nicht. Soll ich's nicht haben. Das ist ne Spur. Danke für den Tipp. Ob es dabei wirklich bleibt. Ich hab zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Ich wusste doch, ne? Das ist der aus, ähm, dem Entwurf. Ja, dann... Machen wir zwar schon mal den Wegpunkt, aber... Wir fahren tatsächlich mal da hin. Weil... Halt Erinnerung, ne? Dann... Machen wir in der nächsten Folge noch. Machen wir die Erinnerung nicht, dann... Ich halte mich hier den Bezirk mal frei. Und dann... Darauf, äh... Die nächste Operation weiterzufahren. Gut, die Fahrt überspringen wir. Ich, äh... Setz dann wieder ein, wenn ich da bin. Ja,fernier wird auf einfotz sie. Okay,cym, Lotsinis. Vielen Dank.